Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2023. Heute mit einer kleinen Challenge ausgegebenem Anlass und zwar ist es möglich mit Filippo Ganner Mailand Sanremo zu gewinnen. Diese Challenge werde ich jetzt mal im PCM in Angriff nehmen mit den aktuellen Kadern, genauso wie die Teams heute auch in MSR an den Start gehen und da habe ich mir mal verschiedene Szenarien überlegt. Also zum einen Ganner es im Sprint schaffen, zum anderen kann man eigentlich schon an Lachipressa, an dem ersten der letzten beiden Anstiege, sich alleine absetzen und dann vielleicht mit seinen Zeitfahrqualitäten da mal ein Solo hinlegen. Eher unwahrscheinlich, aber ich will es mal versuchen und ansonsten ja relativ klassisch Ampoggio versuchen, eine kleine Gruppe zu bilden, da mit Ganner mitzuhalten und dann in einem kleinen Sprint zu gewinnen. So wie das auch im letzten Jahr war. Er hat zwar nicht gewonnen, aber überraschenderweise hat Filippo Ganner, ich glaube damit haben nur die wenigsten gerechnet, da ja sogar den zweiten Platz geholt und auch zuletzt in Sprints immer mehr im letzten Jahr überzeugt. Deswegen hat er jetzt auch zu Recht inzwischen da gar nicht mal so einen schlechten Wert. Ich würde sagen gegen Philipsen und Pedersen sehen wir im Sprint immer noch alt aus mit Ganner, aber ich will es mal versuchen. Versuch 1, Massensprint. Wir fahren gleich in den Podio rein. Es gibt hier diverse Attacken. Ja, ich werde hier aber gar nicht groß attackieren. Wir wollen vorne drüber fahren. Jo, und dann einen Sprint für Ganner anziehen. Er hat heute auch nicht die besten Beine. Deshalb werde ich jetzt mit dem auch nicht versuchen, mich hier irgendwie abzusetzen, sondern das sollte möglichst alles beisammen bleiben. Dann gehen wir in die Abfahrt und haben dann noch Pitcock so als letzten Anfahrer. So zumindest die Idee dahinter. Ich kann jetzt mal die Energieriegel hier alle nehmen. Attacken von Pedersen, Laporte, Pogacar und so weiter. Wir müssen hier natürlich dranbleiben, aber ohne jetzt zu viel zu investieren. Van der Poel touren da vorne auch mit rum. Ne, Reminder, wir haben hier das Starterfeld, wie es auch in echt dabei sein wird. Ich finde, es ist jetzt nicht das krasseste. Also ich will da jetzt keinem der Profis ans Bein pinkeln oder so. Aber ja, ganz ehrlich, in echt würde es mich wundern eigentlich, wenn da jemand anderes als Pogacar oder Van der Poel gewinnt. Aber das werden wir dann noch sehen. Erstmal hier jetzt zu der Challenge. Vielleicht kann es ja auch Filippo Ganna schaffen. Der hat jetzt leider so ein bisschen das Hinterrad seiner anderen Kollegen verloren. Und das ist ja nun mal das, worauf wir hier jetzt setzen. Und ich will nicht mit jemand anderem gewinnen. Wir ziehen an mit Pitcock und jetzt mit Ganna. Ich glaube, ich bin zu spät dran. Das ist das Problem. Am Ende wird es hier Kopf an Kopf rennen. Matthews gewinnt gegen die Mar. Filippo Ganna ein bisschen zu weit hinten. Am Ende auf Platz 8. Pitcock sogar besser auf der 6. Ja, klar, aus Ineos Sicht hätte man jetzt was anders machen können. Eher für Pitcock. Aber ich glaube, Ganna hatte nicht die besten Beine. Konnte seinen Anfahrern nicht so gut folgen. Sonst wäre die Ausgangslage gar nicht so schlecht gewesen, glaube ich. Dem war natürlich jetzt auch die Tagesform eben nicht so unbedingt förderlich. Aber da muss man auch mit umgehen können. So, zweiter Versuch. Diesmal will ich an Lachipressa was machen. Und wir müssen feststellen, 35 Kilometer vorm Ziel sind noch Ausreißer weit vorne, die gar nicht mal so wenig Zeitabstand haben. Bisschen ungewöhnlich. Also ich denke, dass wir zwar trotzdem noch was werden. Aber normalerweise ist die KI da schon ein bisschen näher dran. Was wir jetzt mal machen möchten, hier holen wir schon mal ein paar Leute gleich ein, ist tatsächlich an Lachipressa attackieren. Vielleicht am Anstieg oder direkt danach. Aber ich will mal versuchen, mit Ganna da mich abzusetzen. Auch wenn wir da noch nicht ganz vorne sind, weil wir noch Ausreißer haben. So, hier so eine andere Gruppe, die sich eben so ein bisschen abgesetzt hat, haben wir wieder eingeholt. Ist natürlich hier jetzt auch ein bisschen eng. So, Puccio gehen wir aus dem Weg. Und dann starten wir hier gleich, glaube ich mal mit Pitcock und Ganna in diesem Moment eine Attacke. Zack, Luke Rowe bremsen wir hier auch mal ein bisschen aus. Und dann geben wir mal Gas. Pitcock und Ganna fahren jetzt Conti und Hamilton auf. Bais. Jo, die haben sich hier tatsächlich bis zur Ausreißergruppe nach vorne gepirscht. Können ja mal gucken. Da folgen einige, ja. Vielleicht wird das Feld da aber gleich geteilt. Also schön wär's zumindest. Gut, ich hab mich jetzt doch dafür entschieden, Ganna nicht gänzlich alleine zu lassen. Der hätte ein bisschen mehr Power, aber Pitcock ist halt auch ein starker Abfahrer. Ich hoffe, dass ich das trotzdem gleich hinkriege, dass wir hier nicht mit 160 Mann beisammen bleiben. Wäre ja schon krass, wenn da alle folgen können, aber mal sehen. So, dann attackieren wir jetzt mal eine Abfahrt mit Pitcock. Ja, eigentlich wollte ich natürlich, dass Ganna da am Hinterrad von Tom Pitcock ist. So ist es ja nicht. Switchen wir mal so ein bisschen um. Ey, das Hauptfeld ist tatsächlich noch... Ne, nicht komplett beisammen. 25 Mann, okay. Das heißt, was machen wir jetzt? Kann ich jetzt mit Ganna... Ich versuch das einfach mal. Das war ja der Plan. Jetzt mit Ganna... Ne. Da mit Ganna raus zu attackieren, geht einfach nicht. Hat man nicht mehr genug Power. Dann switchen wir mal um. Wir versuchen daraus mal ein Rennen zu machen, wo wir jetzt so eine reduzierte Gruppe haben. Mal gucken, ob das Hauptfeld wieder rankommt, gleich bevor es zum Poggio hochgeht. Ja, Gipressa ist, glaube ich, unmöglich, sich da alleine abzusetzen. Das kannst du vergessen. So, jetzt haben wir aber nicht mehr so wirklich großartig Hilfe für Ganna. Ne, die anderen Jungs sind viel zu weit hinten. Das heißt, der ist jetzt hier auf sich alleine gestellt und wir versuchen einfach mal... Wir folgen mal Pogi. Mal gucken, wie viel Power Ganna noch hat mit einer Plus-Eins-Tagesform. Klar, wir haben eben viel investiert. So ist ja nicht, aber... Ich hoffe, der kann hier noch einigermaßen dabei bleiben. Aber sieht gerade nicht so gut aus. Ne, sieht absolut gar nicht danach aus. Vorne Adaphilippe, Pogacar, Pedersen, Laporte, Van der Poel und Ganna. Ja, versucht hier jetzt noch ein bisschen nach vorne zu kommen, aber vorhin zu viel investiert. Das wird nichts werden. Das heißt, wir können uns mal anschauen, kann Julien Alaphilippe das hier durchziehen? Jo, das sieht ziemlich gut aus. Der hat sich da in der Abfahrt entscheidend abgesetzt. Ja, und zuletzt, GG, Alter, lief das immer meistens so auf den Sprint hinaus. Ich habe das schon länger nicht mehr geschafft, wie Alaphilippe hier zu machen. Hm. Aber dieser Versuch war es definitiv auch nicht mit Ganna. Versuch Nummer 3. Ja, hoffentlich sind heute aller guten Dinge drei. Der letzte Versuch, so wie ich das meistens auch mache und es meiner Ansicht nach am vielversprechendsten ist. Erst ab dem Poggio Tempo machen. Bis dahin haben wir ganz gut mitgehalten. Hier hat sich das Feld gerade tatsächlich sogar in mehrere Teile zerteilt. Aber nicht dadurch, dass ich irgendwie was gemacht habe. So, jetzt fahren wir da relativ zügig hoch. Aber mit mehreren unserer Leuten. Gehen wir auf eine 95. Ich finde, es ist inzwischen schwieriger, manchmal hier eine Lücke zu reißen. Beziehungsweise bei Profilen in der Vergangenheit hat man nach der Abfahrt weniger Flachstück. Und dann habe ich oft das Problem, dass mich die Sprinter trotzdem immer wieder einholen. Und mich dann absprinten. Ja, Philipsen direkt am Hinterrad. Das wollen wir jetzt, ja, möglichst vermeiden. Geht aber nicht. Ich gehe jetzt nicht mit Pitcock in der Abfahrt voll darauf. Alter, ist denn Gunner so schlecht im Abfahren? Nein. Ich gehe jetzt nicht darauf, in der Abfahrt mit Pitcock wegzufahren. Ich will eigentlich mit Zwift und dann Pitcock den Sprint für Gunner anziehen. So, ich habe jetzt tatsächlich mal ein bisschen gebremst, damit Filippo wieder am Hinterrad ist. So, jetzt ziehen wir den Sprint hier mal ein bisschen frühzeitiger an. Hoffentlich nicht zu früh. Pitcock zieht das Ding an und Gunner im Sprint gegen Van der Poel. Gunner gegen Van der Poel. Es wird nochmal knapp. Aber am Ende. Ah, Platz 2. Pitcock wird Dritter. Ja, die Sprinter sind nicht rangekommen. Wer weiß. Vielleicht wird es auch heute wieder in echt Platz 2 für Filippo Gunner. Möglicherweise habt ihr das Rennen schon gesehen. Und danach hier erstmal ein Video geschaut. Mit dem Versuch bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Die anderen, ja, haben wir ein bisschen kreativer. Gerade das mit Lachipressa ist natürlich schwer umzusetzen. Aber das hier, na, hätte um ein Haar funktioniert. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Mr. Luke zockt Pro Cycling Manager 2023. Bis dahin. Tschau. Tschau.